Und damit willkommen zu Gone Home. Ein Walking Simulator, welcher unheimlich viele Preise eingesackt hatte und im Jahre 2013 erschienen ist. Es wird ein ruhiges Spiel sein, wo wir durch ein Haus marschieren und anhand von Dokumenten, vielleicht auch Audioaufzeichnungen, das weiß ich nicht, langsam eine Geschichte rekonstruieren können über ein paar Protagonisten. Pit erwartet hier nichts Abenteuerliches, es ist wirklich ein langsames Vorankommen. Es wird kein What Remains of Edith Finch werden, aber ich wollte es endlich mal spielen, da ich viel Gutes davon gehört habe, aber noch nirgendwo das Spiel angeschaut habe. Demnach, wir fangen an, neues Spiel. Ja, ich habe nochmal Probeweise ganz gemacht, man kann optional Einstellungen noch machen, das ist ganz lieb. Und da kann man Dinge, die dunkel sind, sofort mit Licht anschalten, für Leute, die Angst im Dunkeln haben. Also man merkt schon, das Spiel soll wirklich einer breiten Masse zugänglich gemacht werden. Ich habe auch hier Deutsch eingestellt, als Untertitel und bei allen Dokumenten und die englische Brausgabe ist trotzdem noch da. Hi Mom, so I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight, because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport, so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so, love you, see you soon, bye. Gone home. Love you, see you soon. Bye. Eine Tochter, die unabhängig geworden ist, die einfach wieder vorbeikommen kann, die muss euch um nichts kümmern. 7. Juni, 1995, 1.15. Und hier sind wir. Rechts kann ich näher ran, hier sehen wir also unsere beiden Taschen. Gucken wir mal das Muster an. Wer hat das aber nicht gehabt damals? Ein Teppich, egal. Caitlin Greenbrier, aus Richtung Portland geflogen. Gut Nummer 270 und der 6. Juni, 1995. Wir kommen nicht weiter raus, wir hören nur das da draußen. Was ist denn das eigentlich? Das gibt es solche Vorbau? Vorbaue? Vorbaus? Egal. Mehrzahl davon. Komplett abgegrenzt mit... Schon etwas edler, oder? Sowas zu haben. Wenn der würde sich mit dem Terrasse sitzen und hat noch ein bisschen Luft, anstatt hier sitzend muskulär durchs Fenster stirren. Nun gut. Was steht denn hier? Wir können die Tür nicht öffnen. Dafür haben wir aber... Ich will immer... Ich lese das gleich vor. Ich finde es noch manchmal ganz schön zu schauen, wie der Schreibstil ist. Wenn da irgendwas auffällt. Zum Beispiel sowas hier. Das sollten wir extra beachten, weil das kann natürlich auch nochmal die... Ja, die ganze Atmosphäre untermauern, wenn da irgendwas ist. Okay, Katie, tut mir leid, dass ich nicht da sein kann, wenn du kommst. Aber es ist leider nicht möglich. Bitte, bitte. Stell dich... Äh, stell nicht das ganze Haus auf den Kopf, um herauszufinden, wo ich bin. Ich will nicht, dass es jemand weiß. Wir sehen uns irgendwann wieder. Mach dir keine Sorgen. Ich liebe dich, Sam. I don't want anyone to know. Erst so nur Mom and Dad und dann jeder. Schöne Textur auch von dem Dokument. Sam. Okay, also unsere Geschwisterlein und Sam kann doch Männlein wie Weiblein sein, meines Erachtens. Sammy wie auch Samuel. So, wir brauchen jetzt erstmal einen Schlüssel. Und typischerweise die Amis werden doch... Moment. Ah, wir haben jetzt hier, können wir uns hin kauern. Licht einschalten. Tür öffnen. Was ist das denn? Weihnachtsbeleuchtung. Und eine Weihnachtsente. Sechs Dollar. Mir leid, quietschi. Ja. Ausschlüssel in den Rucksack gepackt. Äh, unser Inventar. Wir haben eine eigene Karte. Gegenstände. Da sehen wir nochmal unseren Reisepass. Edlin, am 73 geboren am 12. Dezember. Das heißt, es war jetzt 95, also 22. Das ist schon eine junge Frau, aber die wahrscheinlich ein bisschen eingeständig geworden ist. Ausstellung des Dokuments 94. National Passport. Und von Amsterdam ist sie also gekommen. Cincinnati. Als Transfer. Meine Wortkarte für den Rückflug von meinem Jahr in Europa. Sie war also ein Jahr in Europa gewesen. Für den Rückflug von meinem... Heißt das, sie ist allgemein jetzt wieder gekommen? Also es ist kein Spontanbesuch, sondern es ist wirklich ein... Siehe es durch. Mit einem Auslandssemester oder irgendwas ähnliches. Und ein Zweitschlüssel, der unter der Weihnachtsende versteckt war. Gute würde ich sagen. Glesen wir mal auf. Und ich möchte gleich betonen. Es wird langsam sein. Spiel, der Aufbau. Warum gehen die Lichter an, wenn ich reingehe? Gibt es hier irgendwie Wunschmelder? Okay Leute, ich würde erstmal sagen, wir machen die Tür zu. Ich habe draußen noch mein Elternhaus und ich will hier nicht, dass es kalt wird. So. Wir sind hier angekommen. Haben wir mit M. Können wir mal anschauen. Und wir können jetzt alles mögliche hier untersuchen. Machen wir mal. Ich würde das bitte mal zuschieben. Was ist hier unten drin? Nichts. Gegenstände, die doppelt vorkommen. Aha. Es gibt also wieder so Papierkram. Hier bei Leosophia, der uninteressant ist. Und es gibt manche Sachen, die doch mal anders aussehen. Hier zum Beispiel. Auch hier mal ganz kurz ausblenden. Was haben wir denn hier? Irgendeine Wegbeschreibung, oder? Wegbeschreibung zur Arbeit vom neuen Haus. Links auf die Crabtree, rechts auf die Bullhorn. Abfahrt auf die... Fahrzeit eine Stunde, zehn Minuten. Uiuiui. Nicht ganz wenig. Neues Haus. Also die sind wahrscheinlich umgezogen währenddessen. Ich lasse das mal offen, wo wir das Dokument haben. Da wissen wir, da unten ist nichts. Würde man sagen, damit wir sowas Taschentücher nehmen. Binden wir hier irgendwas Tolles? Okay. Kann ich hier irgendwie auch was versauen, indem ich ein Gegenstand aufmache, durch die Gegend werfe und nicht mehr rankomme? Oh, Karte lesen. Wow, das war ein cooler 17. Geburtstag. Have a dog on. Cool 17th birthday. Mit so einer Brille. Ich würde gerne... Ich hätte es eigentlich gerne, dass man erst das sieht und danach das eingeblendet wird. Happy Birthday, Sam. Uncle Harvey. Oh, also... Sam wird 17. Oder ist 17 geworden. Im kurzen. Wir bringen auch die Karte. Moment, ich würde mal ganz schnell schauen. Kann man sowas umstellen? Ne, leider nicht. Okay, dann wird das schon gehen. Ich werde es nochmal erstmal ausblenden, weil ich es schöner finde, erstmal sich so umzusehen. Dann schädeln. Gut, wir gehen mal die Räume durch. Laut Karte ist das einfach nur ein kleiner... Kommt das erstmal jetzt abseits dessen, ist es schon ein ganz schönes Anwesen. Ich weiß nicht, ob ich das hier so freigelassen hätte, insgesamt. Oder wenn ich ein bisschen was aufgestellt hätte, gerade an den Ecken, aber... Oh. Uiuiui. Ach da, guckt mal. Auch mal da. Ähm. Ja, schon ganz schön groß. So, was haben wir denn hier? Front Hall. Also, seid ihr etwa umgezogen und habt nicht alles ausgepackt? Ist ja kurz nach dem Umzug irgendwas passiert? Weil gerade eben hat uns ja auch keiner empfangen. Ah, Türen, die in jeder Seite aufschlagen. Und wieder bemerken, dass wir, wie das gehen soll. Wo soll ich denn normale Türen? Spezial. A good fellow high school. Eine Eule. Das Zeichen. Kann ich hier irgendwie was der Kleidung mitnehmen? Oder hier unten? Hier haben wir einen Ausweis. Janice Greenbrier. Senior Conservationist. Was? Ober-Forst-Beamtin. Con-se-r-ve-t-sionist. Okay. Forestry Service. Also Forstamt hat sie gearbeitet. Janice, ich würde mal sagen, das ist unsere Mutter. Let's spiel. Über den Alpen. Dann kann ich das Ding auch öffnen. Also zwei bis sechs Spieler. Ich weiß nur, es kann sein, dass ich irgendwie so ein Gegend finde und dann später noch was da drin suchen muss, aber ich finde hier gerade nichts. Da wir aber so ein Gegend suchen können, vermute ich mal, dass manche Codes oder was auch immer das genau ist, man darauf findet. Okay, wir gehen mal schön hier durch. Machen wir erst mal Licht an, würde ich sagen, immer als erstes. Überblick gewinnen. Hier liegt irgendwas auf dem Lüftungsschacht. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein meiner Pokale. Regionaler Leichtathletik-Wettkampf. Endausscheid. Mädchen 100 Meter Staffel. Erster Platz. Jamie Bloom. Carla Jones. Shona Rossi. Caitlin Greenbrier. Okay, also wir waren relativ sportlich gewesen. in unserer Highschool-Karriere, wenn es 90 ist, also vor fünf Jahren. Okay, und das wird auch ausgestellt. Und hier haben wir regionaler Leichtathletik-Wettkampf, Endausscheid, Mädchen-Weitsprung, Girls-Long-Jump-Event. Erster Platz. Warum ist das Silber? Okay, also wir stellen schon mal fest, alleine hier in der Eingangshalle gleich zwei Trophäen, die auf uns hinweisen. Ein Schädel, so ein Luchador derartigen, hier Tag der Totenschädel, ne Tag der Totenschädel, so oben vielleicht. So Mexikanisch, hier. Echro. Mexikanisch. Irgendwie klingt das nicht gut. Es würde hier irgendwo was... Okay, also auf jeden Fall, sie sind stolz auf uns. Unsere Tom-Safjahr. Okay. Kann man in den Büchern irgendwas erkennen? Außer seltsamer Titel. Es ist, äh... Oh Gott. Äh... Nee, kann ich nicht... So, was haben wir hier unten noch drin? Ich lasse auch alles offen. Also abseits der Tür, weil einfach, es soll ja hier nicht kalt werden. Aber wenn ich hier Schränke, ähm... Durchsuche, damit ich auch weiß, dass ich das schon getan habe. What's Info? Okay, ein einzelnes Buch, was wir nehmen können. Das heißt, da ist irgendwas Wichtiges drin. Was haben wir hier noch? The Collected Work of... Oscar Wilde. Und dieses Buch haben wir dort schon gesehen. Also, wir haben schon Buchdoppelung. Moby Dick. Mhm. Der Weiße Wahl. Okay, also so Standardwerke ist da so ein bisschen eingangs halb. So vielleicht ein bisschen auch zum Protzen oder zum Zeigen hier. Ey, wir sind schlaue Leute, die Weltliteratur lesen. Und wir haben eine, mindestens eine Tochter. Ich weiß noch nicht sehr, ob Mädchen oder Junge, wie gesagt. Äh, die... Durchaus was drauf hat. Warum natürlich dieser mexikanische... Äh, dieser Schädel hier mit da ist, weiß ich nicht ganz. Soll vielleicht auch zeigen, dass man exotisch unterwegs ist. Und die Welt bereist hat. Gut, jetzt haben wir hier ein schönes Buch. Was ist denn das? Die Bibel. Und zwar... Kann ich mit... Nee, ich kann wirklich dieses nicht aufmachen irgendwie. Der einen Band sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Ich würde mal fast behaupten, dieses Buch wurde schon mehrfach... genutzt, belesen oder ähnliches gemacht. Okay, Buchstützen. Nur die eine Seite, weil die anderen Seite ist ja ein dickes Buch. Brauche ich hier irgendwas schon? Oh, wir haben ja mehrere Stellen. Ah ja, das kann nämlich was Geheimes sein. Das Seite. Oh Gott. Oh Gott. Nee, wo war denn da? Telefon. Also wahrscheinlich Telefonbücher sind das. Wenn hier mal ein Telefonbuch ist... Will das nicht typischerweise ein Telefon gleich daneben sein? Also ich tue immer Telefonbücher neben dem Telefon, weil da brauchen wir sie ja. Und warum kann man die Tür nicht öffnen? Ach doch, komm. Gut. So, was haben wir denn hier Feines? Zettel, Deniale, wie immer. Untertun. Ey, wer schmeißt denn da alles rein? So, ich mache es mal aus. Wir gucken erst mal schnell durch. Wie sieht das Ding aus? Okay. An Jen. An Carol. Ich glaube, diese Blume ist auch... Oder diese Blüte. Ist auch das Symbol, was bei Gone Home beim Titelbildschirm mit war. Okay. Liebe Jan. Es ist so schön, wieder von dir zu hören. Diese ganze Sache mit dem neuen Haus klingt wie ein aufregendes Abenteuer. Erinnerst du dich noch an unser erstes Studienjahr, als wir uns gemeinsam dieses kleine Zimmer im Wohnheim teilten? Es war so mies dort und wir haben über unsere Traumhäuser fantasiert. Ich habe immer gesagt, ich hätte gerne eine richtige Villa. Du wolltest einfach nur ein Haus im Wald. Jetzt schau, wer beides bekommen hat. Okay, also dieses Villa ist auch im Wald. Okay. Irgendjemand da oben mag dich. Von deinem Glück könnte ich auch was gebrauchen. Schick mir ein paar Lottozahlen. Ich werde sie spielen. Im Ernst jetzt? Aber ich sollte mich nicht über unser schönes, altes Häuschen beschweren, das wir haben, seit Bob nach Winnipeg versetzt wurde. Wir haben gerade erst neue Vinylverkleidung machen lassen. Na, schon neidisch? Wenn du tauschen willst, sag einfach Bescheid. Also, wie geht's den Mädels? Ist Katie schon weg zu ihrem großen Abenteuer in Europa? Apropos neidisch, können wir bitte diesen Text hoch und den irgendwie entlang schieben? Der Taster? Ah, so. Okay, äh... Speaking of Jailers. Äh, schreib mir bitte zurück. Ich vermisse dich. Jumi? Sumi? Keine Ahnung, was das ist? Carol. Das heißt, unsere Mutter wurde angeschrieben, also. Das ist ja witzig. Den Mädels. Okay, also Sam ist ein Mädel. Das hat sich damit jetzt geklärt. Wie gesagt, ich finde Sam ist auch ein Jums-Name, aber... Vielleicht sehe ich das nur so als Abkürzung. Okay. Okay, die sind ja wir, das passt also den Mädels. Gut, es könnte immer noch einen Bruder geben, das ist jetzt nicht, kommen die ganz raus. Aber... Okay, also die sind froh über diesen Umzug und... Ja, es ist ja schön, dass wir auch von der Mutter was lesen. Beziehungsweise einer Freundin. Okay, hier haben wir eine verschlossene Tür. Können wir eigentlich hier durchschauen? Nee. Gut, na dann gehen wir mal den anderen Weg. Kann ich rein? Shift ist... Zoom. Okay. Immer noch Umzugskartons. So, auch hier erstmal bitte. Was haben wir denn? Okay, also vom Umzugsunternehmen irgendwas. Forest Grove. Wo guckt man? 1. August 94. Das ist doch eine Weile her. Teuer, das wurde. Kosten. Das zusammenpacken. Dann, wie das Ganze verschickt wurde. Okay, Versicherung. Nice, man schaut mal nach. Umzug GmbH. Okay, wir haben die Adresse gelesen. Wohin es ging. Von Forest Grove nach Boone Country. Terence Greenbrier. Das wird scheinbar unser Vater sein, nehme ich an. Liste der Transportküche. Schlafzimmer, Kinderzimmer, Übergewicht, Bibliothek. Also, das wird wahrscheinlich auch heißen, dass es natürlich viele Bücher sind. Büro, zwei Fernseher. Weiter. Ich muss schon mal kurz gucken. Destination Country. Von Forest Grove nach Boone Country. Fürst Arbor Hill. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz das verstehen. Das heißt, das ist unsere Adresse hier, oder? Destination, also Zieladresse. Dear Katie. Ach so. So viel hat sich verändert. Selbst seitdem du weg bist. Wir haben in dieses Haus geändert. Ich bin in eine neue Schule. Und meine große Sister, die für ein Jahr weggegangen ist, macht es gar nicht leichter. Es fühlt sich nicht real. Aber ich werde es nicht fassen lassen. Ich habe dir alles gesagt. Und wenn ich es nicht in Person kann, weil du dich auf der Gäste gehörst, wer weiß, wo. Ich werde es diesem Journal erzählen. Just wie ich mit dir gesprochen habe. Und wie lesen wir das? Wie kriegen wir das mit? Einfach so. Okay. Taucht euch jetzt auf und das könnten wir uns nochmal anhören. Okay. Sie hat also... Wir haben auch ein gutes Verhältnis mit unserer Schwester gehabt, wie es hier rauskam. So wie ich es erstmal jetzt deuten würde. Okay. Können wir hier Licht machen? Danke. Ich kann es einfach nutzen. Klospülung betätigen. Lass mal die wichtigen Sachen im Bad machen. Noch mal Hände waschen. Und fort. Können wir die Toilette öffnen? Okay. Erstmal gucken, ob wir Psychopathen wohnen. Wo hängt das Klopapier? Okay. Habt ihr clever gelöst. Ich sehe es nicht. Ihr wisst ja noch. Last from Beyond. Da war ja einmal das auf der anderen Seite. Kein Wunder, dass die alles verrückt waren. So. Was haben wir denn hier feines? Ein Magazin. Ein Schraus. Autorenmagazin. Stephen King. Ah. The Blank Page. Wie 20 Top-Autoren, die für sich eingenommen haben. Okay. Also wenn unsere Mutter in der Forstwirtschaft arbeitet, wird unser Vater als Autor sein, nehme ich an. Von 95 ist das Magazin. Kann ich das noch ein bisschen? Ich kann noch ein bisschen drehen. Schade. Ja, ja. Fußbewertung. Gewinnspiele. Preisen. Ja, ja. Ja, ist klar. Vielleicht Warn. Oh. Papier. Softblas. Oh Gott, das Kind sieht in Biddle. Okay, weiches Toilettenpapier. Dieses Geld. Now, Sticker. Hm. Toll. Ja, das Typische. Wahrscheinlich hat er ein paar Erfolge gehabt. Dann gab es Schreibblockade. Oder ich sage es einfach mal so. Schreibblockaden sind ja das Typische. Stephen King behandelt sehr viel in seinen Romanen Schreibblockaden, die er auch hatte. Und wie seine, es gibt einige Bücher, wo seine Protagonisten gerade nach vielen Bestsellern irgendwo sind. Und halt einfach auf die tolle Idee warten. Und dabei halt irgendwas passiert ringsherum. Also da, jetzt merkt man dieses Leidtragende Motiv. Okay, Toilettenpapierrolle. Ist klar. Einfach nur ein paar Pflaster. Ist auch nicht so. Das ist nochmal eine Pflasterpackung. Und Seife. Reinigungspulver. Feel here. Okay. Kann ja auch sein, dass sowas mal wichtig ist. Wenn hier irgendein Medikament oder sowas, was hier genommen wird. Aber es sieht erstmal nicht so aus. Ich würde ja auch sagen, dass das ja eher die Gästetoilette hier ist. So. Dann mache ich hier mal Licht. Das ist eine sehr dunkle Ecke hier. Und warum hängen hier eigentlich so wenig Bilder an die Wände? Ich meine, die sind... Von 94 ist das hier gerade mit dem Umzug. Im August. Wir haben jetzt schon Juni 95. Sollte da nicht hier irgendwie schon ein bisschen mehr eingeräumt sein? Oder möglichst minimalistisch? Okay. Gut. So. Es springt jetzt mal ins Auge. Deswegen würde ich gerne mal das Familienbild mir ansehen. Okay. Haben wir... Sam, Katie, Mom and Dad. Jen and Terry. So. Die gute Jen. Also uns haben wir ja gleich erkannt. Ähm... Die gute Jen, die wir auch auf dem Foto haben von der Forst... Äh... Forsterei, sag ich mal. Ehering. Auch er hat einen Ehering. Das ist auch immer interessant. Vielleicht hätte ja einer von beiden keinen. Was schon ein Insitz ist, dass vielleicht nicht mehr oft getragen wird. Oder dass da irgendwas passiert ist. Ähm... Er im Anzug. Also schon ein bisschen edler gehalten. War schon eine Jahre gekommen mit Trille. Grau. Und hier ist halt noch die zweite Tochter. Die ein bisschen... Bestrengt lächelt, oder? Wie seht ihr das? Ich finde, das wirkt ein bisschen unecht. Hat auch ein weites... Guck mal. Die wirkt... Also unsere Katie, die wir sind, die wirkt feminin auch mit ihrer Kette. Wie die Mutti so ein bisschen. Die jüngere Schwester. Die Haare nicht so hübsch gemacht. Ein weites Hemd an. Das riecht... Das riecht so. Mal gucken, ob das wird. Nach irgendeinem Persönlichkeitsproblem. Ich will sie kein Mädel sein. Sage ich jetzt. Erste Überlegung, wenn ich dieses Bild sehe. Aber okay. Schauen wir mal, was daraus wird. Gut. Dann fangen wir mal hier an. Mit der Topflanze. Unten haben wir wieder noch ein Telefonbuch. Ja, ihr könnt die drüben... Das ist vielleicht ein anderes Jahr. Ich will jetzt nicht komplett bösartig sein. Nee. Weil drüben war ja auch eins gewesen. So. In der Schublade haben wir ein paar Stifte. Oh. Physics. Moment. So. Was haben wir denn? Nee. Worldwide Timetable. 1. Juni 94. Hat das überklebt, damit man jetzt nicht irgendwelche Nummern wählt. Und hier nach Amsterdam. Genau. Hier. Guckt mal. Flug 881. 12.10 Uhr nach Amsterdam ist auch eingekreist. Von wo es losgeht. Äh. Von. Was ist das? Newark? Ich will das bitte lesen. Flugplan. Okay. Ja. 94. Nach Amsterdam. Aber ich kann diese Stadt nicht lesen, die hier ist. Das ist nicht New York. Das ist Newark. Okay. Cincinnati. Ach nee. Wir sind ja über Cincinnati zurückgeflogen auch. Haben wir ja vorhin es gerade gelesen. Das heißt, wir sind von Amsterdam nach Cincinnati und dann hier. Es wirkt hier aber anders. Weil die Linien scheinen direkt von hier zu kommen. Okay. Aber sie haben sich das auf jeden Fall aufgehoben. Es war halt für sie auch was ganz Besonderes, dass ihre Tochter da diesen langen Flug nach Europa angetreten hat. Auch mit der Zeitzone haben sie geguckt, ob es da irgendwelche Probleme gab. Ähm. So als Änderung. Ist ja auch schön. Okay. Was haben wir hier drin? Nix. Hier auch nicht. So. Was haben wir hier? Und dann der. Okay. Einmal relativ schöne Handschrift und dann nochmal eine Antwort wahrscheinlich von, äh, der Tochter. Sam, dein alter Freund Daniel hat angerufen. Er möchte herkommen und sich das neue Haus ansehen. Ruf ihn zurück. Das hat also wahrscheinlich die Mutti geschrieben und danach. Sam, Mom, Daniel ist ein totaler Spinner. Als wir klein waren, habe ich nur mit ihm abgehangen, weil er ein Nintendo hatte. Okay. Also die Eltern wollten das gerne auch, dass vielleicht die befreundet sind oder der Daniel hat einfach Interesse gehabt. Weiß ich meine. Hm. Aber da war sie ein bisschen vorsichtiger. Interessant. So, Nachricht? Sam. 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 Hallo. Sam. Sam, where are you? Sam. Willi, I need to talk to you. Please be there. Hi, Mom. So I got my ticket home from Europe. I get back on June 6th, but it's a really late flight because that was the cheapest, so it gets in at midnight. But don't worry, I'll get a shuttle from the airport so you don't have to pick me up. Like, really seriously, you don't have to. Okay, so love you. See you soon. Bye. Moment. Die erste war eine Nachricht, ich muss mit dir sprechen. Die zweite war irgendwie, also, so ein bisschen spielerisch. Die zweite war verzweifelt, wahrscheinlich von Sam. Und die dritte waren wir gewesen. Also irgendwas ist da vorgefallen, das Dumme vor allem dabei ist, muss ich ehrlich sagen, dass hier keine Zeitangabe dazu war. Das hilft uns gerade wenig weiter. Wir können ein Telefon nehmen, aber können damit nichts machen. Ist das nicht ein bisschen schief hier drauf? Egal, das musst du wissen. So, was kommt? Oh. Kann man hier eigentlich speichern? Okay, man gewiss, kann wahrscheinlich nichts Schlimmes passieren. Licht einschalten. So. Hier sind jetzt also... Ich finde ja nett, dass hier auch das Schloss angezeigt wird. Wir finden uns also jetzt hier gleich in dem linken Bereich. Vielleicht kommt da irgendein... Okay, der Gang. So. Was haben wir denn hier? Ah, eine der Postkarten, die ich geschickt habe. Aus Paris. Hi, Mom, Dad und Sam. Ich mach mal so rum, weil da kann ich's besser wissen. Ich bin in Paris. Ich hab viele parismäßige Sachen gemacht. Zum Beispiel... Le Petit Déjeuner essen. Und ein Bré tragen. Äh, ich werde jede Menge Fotos haben, wenn ich wieder zurück bin. Sam, ich bring dir was von Shakespeare & Company mit. Weil du meine Lieblingsschwester bist. Ich alllieb, Katie. Na gut, bei einer Schwester ist das schwierig zu sagen. Äh, Mom, Dad und Sam. Ähm, Weird Arbor Hill. Ach so, wahrscheinlich, ähm... Wahrscheinlich, weil es eine andere Adresse ist, ist es ein bisschen komisch, dass sie halt das woanders hinschicken muss. Ich gucke mal, ob die Schrift dort aus auffällt. Also vom... 2. August 94. Bavillon. Und halt... Schön, die Karte liegt da. Aber warum liegt sie einfach nur da und ist nicht irgendwie in die Wand gehangen? Also... Sowieso, was ist hier schon wieder los? Ich finde das hier ein bisschen kark. Aber wenigstens Feuermelder. Immerhin. So, fangen wir mal hier schön an. Moment, da höre ich einen Fernseher oder so. Spielkarten. Oh, warte mal. Was ist das? Akeshi, Playing Cards. Okay, wer Spielkarten hat, kann einmal Spiegel sein. Manager Bairn. Zum Zweiten ist auch die durchaus die Möglichkeit da, Zaubertricks sammeln zu machen. Guck mal, das ist auch edle Karten, weil die haben so eine Prägung. Uiuiui. So ein Nachruf. Oskar Doc Mason. Okay, lassen wir es mal durch. Aus Boone Country, der Oskar Mason mit 60. Ist letzten Monat friedlich in seinem Haus verstorben. Mr. Mason wurde am 8. September 1933 im Haus geboren, in dem er auch den Rest seines Lebens verbringen sollte. Schon in jungen Jahren machte er seinen Abschluss in Pharmazie und kehrte nach dem Studium nach Boone Country zurück. Boone County. Nicht Country, sondern County. Oh, wenn ich es falsch gelesen habe. Schon bald wurde er eine viel geliebte Person des öffentlichen Lebens. In den Jahrzehnten vor seinen Hinscheiden sah man ihm nur selten sein Haus verlassen. In der Fürst Methodist Church wird an diesem Sonntag um 13 Uhr eine öffentliche Gedenkfeier stattfinden. Also er hat sich eingeladen. Er hinterlässt unter anderem seinen Neffen Torrance Greenbrier, sowie im Geiste die Menschen von Boone County, denen er so viel Freude und Wohlbehagen gegeben hat. Seine Neffen. Okay, also das ist die familiäre Bindung mit uns. Aber er hat Pharmazie gemacht. Sag man ihm nur selten sein Haus verlassen. Also, ja, also er war angesehen als Apotheker, aber abseits von seiner Arbeit ist er halt irgendwie kaum aufgetreten, heißt das ja für mich. So würde ich das deuten. Wäre ich sowas. Oh, den Stift darf ich nehmen. Aber kann schon klar sein lassen. Okay, jetzt muss man echt mal gucken, was man alles aufnehmen kann. Und hier ist noch ein Foto. Das müsste schon des Soto. Ist das Sam? Oh, des Soto ist ja, kommt der andere Name. Nee, das ist irgendjemand anderes. Vor allem mit Armee-Uniform. Nee, ist nicht Sam. Sam sah das aus, das hätten wir ja gerade gesehen. Okay, warum ist ein Bild von einem Mädchen hier? Okay. Ich würde das Bild mal nehmen und vielleicht da oben hin tun. Sagte er und schnitt es weg. Können wir das bitte... Können wir das bitte drehen und da hinwerfen? Danke. So. Ist ansonsten hier noch was? Ich mach mal aus dem Gang, würde ich sagen, bevor wir in die Räume gehen. So, ein Text. So knüllt. Oh, das ist... Zwei Leute haben wir kommuniziert damit. Hey, bist du die neue Sam? Ich bin Tommy von hinter dir. Wink, wenn du das gekriegt hast. Und schreib zurück. Ah, okay. Ein Junge hat Sam angeschrieben. Okay. Im Unterricht wahrscheinlich. Hi, Tommy. Ja, ich bin Samantha. Und ja, ich bin neu. Was gibt's? Ich dachte nur, weil du neu bist. Könntest du vielleicht einen Freund gebrauchen? Ich habe auch nicht viele Freunde. Schreibfehler. Und deshalb schreib... Moment. Verstehe ich hier auch? Ah, okay. Die Schreibfehler sind hier. Either and so I thought I'd ask something if you... Okay. Ähm, deshalb dachte ich... Ich frag mal, wenn es dich nicht stört. Es sind auch viele Schreibfehler. You don't... Okay, so viele sind hier nicht. Definitiv. Stürzt dich? Ja, nein. Nein, stört mich nicht. Was möchtest du denn fragen? Also wir sehen auch hier... Stürzt dich ein. Ui. Ist nur dein Onkel ein Psycho oder liegt das bei euch in der Familie? Alter. Oder ist es nur dein Onkel, der in der Familie geht? Übrigens, der Junge hat eine übel schlechte Handschrift. Mit Fehlern. Okay, das ist ja mies. Also die hat hier angefangen und gleich gab es die Frage... Hey, sag mal. Kein Wunder, dass es zerknüllt wurde und zerrissen wurde, diese Notiz. Oh, oh. Also mit dem Onkel war irgendwas seltsames. Oh, der Gang ist ja doch ein bisschen länger. Okay, ich würde sagen, für die erste Folge sei es das erstmal gewesen. Wir werden in der nächsten Folge erstmal den Gang fertig erkunden und dann langsam die Räumlichkeiten hier durchschauen. In der Hoffnung, dass wir langsam erkennen können, was ist mit dem Onkel passiert? Warum ist hier gerade weder Sam noch unsere Eltern da? Und warum gab es diese seltsame Anrufe? Bis demnächst, euer Landetor. Tschüss. Tschüss.